Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du in Fortnite Custom Games erstellen kannst. Und zwar starten wir ganz normal Fortnite und scrollen runter, bis wir hier benutzerdefinierter Schlüssel finden. Da drücken wir drauf und dann geben wir hier den Creator Code ein, den du hast. Also ja, du musst vorher einen Creator Code besitzen. Kannst du auch so probieren, aber sehr wahrscheinlich wird das nicht funktionieren. Wie du einen Creator Code bekommst, habe ich schon ein Video gemacht, das findest du hier oben rechts. Ansonsten geben wir jetzt hier den Creator Code ein, in meinem Fall D-Zern und dann drücke ich hier auf annehmen. Dann scrolle ich hier hoch und kann ganz normal ein Game starten. Ich drücke jetzt hier auf spielen und dann sehen wir hier wartende Spieler sind gerade einer und ich kann hier auf match starten drücken. Alle anderen, die auch diesen Code benutzen und dann das Spiel starten, kommen dann hier rein und dann irgendwann geht's los. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Code D-Zern im Shop benutzt und das Video likest. Tschüss.